Hallo, mein Name ist Oliver Niebuhr und ich werde euch heute ein bisschen was über Charisma erzählen. Wir denken, wenn wir sprechen, geht es vor allen Dingen um Informationsaustausch. Und in der Mensch-Maschine-Interaktion ist das auch durchaus der Fall. Denken wir beispielsweise an unsere Navigationsgerät, das uns den richtigen Weg weist, an die Zeitansage, die uns über die korrekte Uhrzeit informiert. All das sind Informationen, die zu uns kommen gewissermaßen. Aber beim Arztbesuch gerät dieses einfache Bild schon ins Wanken. Wollen wir wirklich nur Informationen vom Arzt oder wollen wir nicht vielmehr auch Verständnis, Empathie, Einfühlungsvermögen gegenüber unseren eigenen Sorgen und Ängsten? Tatsächlich steht ja bei Frauen und bei Männern eher der soziale Aspekt von Sprache stetig im Vordergrund. Das heißt, wir organisieren unsere Informationen und Probleme und Erfolge des Alltags über Sprache. Wir organisieren auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen mit Sprache. Wir versuchen, andere zu bestimmten Handlungen zu bewegen oder von bestimmten Gefühlen und Ideen von uns selbst zu überzeugen. All das ist eben auch Charisma. Charisma ist Emotion und Expressivität. Charisma ist das Etablieren sozialer Beziehungen. Charisma ist das Sich-Durchsetzen mit Vorschlägen, Plänen, Bitten und so weiter und so fort. Und deswegen ist Charisma eine Kernkomponente jeder Alltagskommunikation. Und deswegen ist sie auch so wichtig und es ist wichtig, gut darin zu sein, privat wie beruflich. Wenn Charisma dann aber so wichtig ist, was kann Charisma dann eigentlich? Seriöse wissenschaftliche Forschung zeigt uns sehr, sehr viel. So haben beispielsweise charismatische Sprecher bessere Karten darin, fremden Leuten attraktiver zu erscheinen. Sie erhalten mehr Telefonnummern beim Speed-Dating. Sie haben mehr Erfolg im Einwerben von Start-up-Geldern. Das heißt, sie sind besser darin, Investoren für sich zu gewinnen und von den eigenen Ideen, Plänen und Zielen zu überzeugen. Und sie sind bessere Führungskräfte. Sie steigen auch in Unternehmen schneller auf und erzielen dabei höhere Gehälter. Charismatische Sprechen wiederum führt zu einem größeren und facettenreicheren Output in Brainstorming-Sitzungen, erhöht die Glaubwürdigkeit der Sprecher und dann auch darüber den Qualitätseindruck von den Produkten und Dienstleistungen, die sie anbieten. Und charismatische Sprechen führt auch dazu, dass man sich Informationen besser merken kann. Das heißt, dass beispielsweise die Schüler von charismatischen Lehrern besser lernen können. Wenn jetzt Charisma in jeder Alltagssituation eine so große Rolle spielt und wenn wir auch sehen anhand der wissenschaftlichen Studien, was Charisma alles kann. Nun, wer kann denn letztendlich Charisma? Und die Antwort darauf ist ganz klar, alle. Alle können Charisma. Und alle sind mehr oder weniger bereits jetzt charismatische Sprecher. Der Begriff Charisma wurde 1947 von Max Weber in seinem berühmten Buch The Theory of Social and Economic Organization eingeführt. Er hat Charisma als eine fast schon göttliche Gabe angesehen, reserviert für wenige talentierte Menschen, deren Potenzial erst dann sichtbar wurde, wenn sie andere Menschen durch eine tiefe politische Krise hindurchgeführt haben. Diese Sichtweise hat die Charisma-Forschung einige Zeit lang geprägt und ist auch noch heute das bestimmende Bild dieses Begriffes in der Öffentlichkeit. Wir haben immer noch Charisma als eine Art Mysterium im Kopf und das geht im Wesentlichen eben auf Weber und seine Definition dieses Begriffes von über 50 Jahren zurück. Heute jedoch hat sich unsere Sichtweise von Charisma im Grunde grundlegend verändert. Annette Tauler zum Beispiel hat als einer der ersten auf einer experimentell-empirischen Grundlage zeigen können, dass man charismatische Sprechen lernen kann. Das steht im Einklang auch mit unseren eigenen Arbeiten und mit Arbeiten von John Antonakis und Kollegen von der Universität Luzern. Das neue Charisma ist entsprechend graduell. Das heißt, es ist nicht entweder ja oder nein. Es ist nicht entweder charismatisch oder uncharismatisch, sondern es ist mehr oder weniger charismatisch. Es ist insofern auch messbar und es ist, wie ich es bereits sagte, lernbar. Die Kernbotschaft des ganzen Videos, das wir euch hier heute zeigen, ist dementsprechend, jeder ist in gewissem Grade ein charismatischer Sprecher und jeder kann noch besser darin werden, ein charismatischer Sprecher zu sein. Jetzt hatten wir das Warum und das Wer. Die Frage ist doch jetzt auch letztendlich, was ist Charisma? Und wenn wir an Charisma denken, dann denken wir zu allererst an Worte. Natürlich tun wir das. An Sätze wie, ich bin ein Berliner oder I have a dream oder von mir aus auch, heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day. Die richtigen Worte sind wichtig, natürlich. Wer würde das bezweifeln wollen? Aber Worte bringen nichts, wenn den Leuten dahinter die Idee oder die Vision des Sprechers so gar nicht gefallen will. Und wir dürfen auch nicht den gleichen Fehler machen, wie zu Anfang beim Informationsaustausch und denken, Sprache seien nur Worte und Informationen. Sprache ist viel mehr. Sprache ist auch Mimik, Gestik und Sprechmelodie. Das heißt, es geht um die sogenannte Delivery, über die wir hier sprechen. Und Delivery ist auch das wichtigste beim charismatischen Sprechen. Mimik, Gestik, Sprechmelodie. Der Ton macht die Musik, wie man so schön sagt. Eine starke Delivery kann tatsächlich Schwächen in der richtigen Wortwahl überdecken und sozusagen hat eine größere Kraft als die Kraft der Worte. Das heißt, beim charismatischen Sprechen geht es vor allen Dingen und in erster Linie um die Kraft der Melodie und nicht um die Kraft der richtigen Worte. Oder mit anderen Worten, wie man etwas sagt, ist wichtiger als was man sagt. Aber warum macht der Ton die Musik? Wir lassen uns in der Tat sehr von Sprechmelodien beeinflussen. Und der Grund dafür ist schlichtweg, dass Sprechmelodien in unserer Evolution und auch in der Evolution von anderen Arten sehr viel älter sind als Wörter. Streng genommen sind sie das älteste akustische Kommunikationsmittel, das wir zur Verfügung haben. Wir haben gewissermaßen schon gegrunzt, bevor wir die ersten Wörter gesprochen haben. Und das ist heute noch sozusagen spürbar in dem, wie wir Sprechmelodie wahrnehmen und auch in den Vergleichbarkeiten von Sprechmelodie zwischen den einzelnen Sprachen. Nehmen wir etwa den Hund. Bei ihm heißen tiefe Frequenzen, Dominanz und Überlegenheit und hohe Frequenzen, Unterordnung und Schwäche. Und bei uns, das ist eigentlich nicht viel anders. Wir fallen in Aussagen ganz tief. Wir sagen, wir sind sicher bei einer Tatsache. Wir drücken aus, dass wir uns überlegen fühlen gegenüber dem, was wir sagen. Und wir steigen bei Fragen oft an. Ne? Damit bringen wir zum Ausdruck, dass wir uns gewissermaßen gegenüber demjenigen, der die Informationen hat, die wir haben wollen, unterordnen. Oder ein anderes Beispiel. Wir lächeln, was letztendlich nichts anderes ist, als wir verkürzen unseren Resonanzkörper des Sprachtraktes, wodurch wir alle Frequenzen anheben. Oder wir runden die Lippen, insbesondere dann, wenn wir konzillant sein wollen. Oder besonders arrogant vielleicht auch. Und das ist nichts anderes als eine Verlängerung unseres Resonanzkörpers, sodass alle Frequenzen nach unten gehen. Das Gleiche finden wir auch bei Angst und Wut und Freude. Beispielsweise bei Wut sprechen wir häufig auf einer dunkleren Stimmlage und bei Freude auf einer viel höheren Stimmlage. Also all das finden wir letztendlich im Tierreich, wie bei uns auch. Sprechmelodie ist das älteste akustische Kommunikationsmittel, das wir haben und darum funktioniert sie auch so gut bei Charisma. Und der springende Punkt ist, Sprechmelodie hat Bedeutung, genauso wie Wörtern. Und im Konflikt glauben wir sogar eher den melodischen Bedeutungen als den Wortbedeutungen. So kann ich beispielsweise sagen, das ist aber interessant. Und das wäre jetzt sozusagen eine positive Wortbedeutung mit einer mit einer negativen melodischen Bedeutung. Was dabei herauskommt, ist zum einen Ironie und zum anderen die Tatsache, dass wir der negativen Bedeutung Glauben schenken. Ein anderes Beispiel ist Scheiße. Ein stark negatives Wort kombiniert mit einer positiven melodischen Bedeutung. Wir glauben der positiven Bedeutung in dem Fall. Das ist ein positiver Ausdruck von beispielsweise Überraschung, die wir dort machen. Der Clou ist, dass wir uns oft dessen gar nicht bewusst sind, was wir tun. Oft wählt man Wörter mit Bedacht. Gerade Politiker oder professionelle Sprecher tun das stetig. Aber wer hat schon mal darüber nachgedacht, auch die Melodien mit Bedacht zu wählen? Und wer könnte das überhaupt? An diesem Punkt setzt unsere Charisma-Forschung an und auch das Charisma-Profiling und Training, das wir euch in diesem Video näher bringen. Hier kommt unser ganz besonderes Maskottchen ins Spiel, das Charismännchen. Es verfügt über ein explizites Wissen darüber, wie man es schafft, ein charismatischerer, besserer Sprecher zu werden. Und es hat eine ganze Menge Werkzeuge, die beim charismatischen Sprechen helfen. So ein Charismännchen, das einem im richtigen Moment die richtigen Tipps und Tricks zuflüstert, ist wahrlich Gold wert. Wie genau macht der Ton die Musik? Was sind melodische Wörter eigentlich? Das lässt sich sehr einfach an einem Wort wie OK zeigen. OK? Nehmen wir beispielsweise einmal diese beiden Melodien. OK und OK? Die beiden Äußerungen hatten jetzt ganz andere Bedeutungen, stimmt's? Und das liegt daran, dass ihre Melodien andere sind. In einem Falle haben wir etwas, das ist eher resümierend, nachgiebig, vielleicht auch eher frustriert. OK. So was in dieser Art. Im anderen Falle haben wir etwas Überraschtes, Bewunderndes, vielleicht sogar Entrüstetes. OK. Ergo, wir haben bestimmte zeitlich begrenzte melodische Muster mit einem klar umrissenen Bedeutungskern, der dann kontextsensitiv natürlich etwas variieren kann. Wie beispielsweise zwischen es steht fest? OK. Und daran ist nichts mehr zu ändern? OK. Oder es ist positiv überraschend? OK. Oder es ist entrüstet? OK. Beides funktioniert. Und fast 30 Jahre Forschung haben eine Vielzahl an solchen Wörtern zu Tage gefördert. An solchen melodischen Wörtern. Und nicht nur das, was wir inzwischen weit gehen verstanden haben und in welcher syntaktischen Funktion diese Wörter stehen, ist wichtig, sondern auch, was diese Wörter bedeuten und wie wir sie gezielt einsetzen können. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, es lassen sich vier Arten von melodischen Wörtern unterscheiden. Genauso wie wir auch Nomen, Verben, Adjektive und Adverbien differenzieren können. Nämlich melodische Wörter, die einen Satz beginnen. Melodische Wörter, die einen Satz beenden. Dann Wörter, die über den betonten Wörtern liegen. Und melodische Wörter, die zwischen betonten Wörtern liegen. Und an jeder Strukturstelle kann der Sprecher aus bis zu acht verschiedenen melodischen Wörtern wählen. Und er kann auf neun verschiedene Arten und Weisen Einschnitte zwischen Sätzen markieren. Und er kann mindestens 14 verschiedene Arten und Weisen wählen, auf betonte Silben noch einen draufzulegen. Also gewissermaßen expressiv zu betonen. Das heißt, selbst bei sehr, sehr kurzen Sätzen hat der Sprecher bereits über 1000 Möglichkeiten, bedeutungsvolle Melodien zu generieren. Nicht alle machen Sinn. Auch nicht alle kommen vor. Auch nicht alle sind physiologisch überhaupt möglich. Dennoch gibt es eine gewaltige Vielfalt, wie wir unsere Vision, unsere Idee, unser Produkt mit melodischen Wörtern charismatischer würzen können. Erinnert ihr euch noch an unser erstes Beispiel von OK? Das ging so. OK. Das nennen wir den frühen Gipfel. Und das ist deswegen so, weil er früh im Wort den melodischen Höhepunkt erreicht. Oh. Und dann tief und schnell durch den betonten Vokal hindurch fällt. OK. OK. Deswegen wird er als ein früher Gipfel bezeichnet. Der frühe Gipfel. OK. Hallo. Na gut. Mal sehen. All diese Arten von Melodien strahlen Kompetenz, Sicherheit, Unumstößlichkeit und auch Unverrückbarkeit aus. Sie signalisieren ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und an Dominanz. Und das wiederum reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der betreffenden Information kritische Nachfragen folgen. Deswegen nennen wir den frühen Gipfel auch Criticism Catcher. Das heißt, er fängt gewissermaßen kritische Nachfragen ab, bevor sie kommen können. Beziehungsweise er hat auf jeden Fall einen stark reduzierenden Effekt darauf, kritische Nachfragen überhaupt stellen zu können. Das heißt, setzt ihn bei Aspekten eures Vortrags ein, die stark und solide wirken sollen und die potenziell kritischen Nachfragen eher aus dem Weg gehen sollen. Ich mach's nochmal. OK. Mal sehen. Na gut. Hallo. All diese Arten von Betonungen sind der frühe Gipfel. Das zweite Beispiel von OK ging so. OK. Hallo. Na gut. Mal sehen. Was soll's. All diese Arten von Betonungen, das nennen wir den späten Gipfel. Das ist auch ein melodisches Wort, das über betonten Wörtern eingesetzt wird. Aber der späte Gipfel erreicht, wie auch der Name schon sagt, den melodischen Höhepunkt erst spät im Wort. Manchmal sogar erst nach dem Wort. Das heißt, wir sind noch tief im betonten Vokal und steigen dann durch den betonten Vokal hindurch schnell an auf einen Hochpunkt und fallen dann sofort wieder runter. Hallo. So funktioniert das. Der späte Gipfel strahlt ein hohes Maß an Emotionalität aus, an Neuigkeit, an Besonderheit. Man nimmt ihn, um Expressivität auszudrücken und auch um Leidenschaft. Man kann ihn verwenden, um zu betonen, zum Beispiel in einem Vortrag, dass etwas viel besser gelaufen ist, als man es sich vorgestellt hat. Dass man also gewissermaßen über die Leistung, die man selber erbracht hat, erstaunt ist. Wir nennen ihn deswegen auch den Emotion-Catcher. Er fängt Informationen ein und er bringt Informationen rüber zum Hörer. Aber er ist auch eine Art Criticism-Catcher, weil wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, dass die Hörer bei dem späten Gipfel, hallo, mal sehen, fantastisch, vor allen Dingen die positive Ausstrahlung des Sprechers im Gedächtnis behalten und gar nicht so sehr die Information, die über dem betonten Wort eigentlich gelegen hat. Deswegen Vorsicht mit zu viel Verwendung des späten Gipfels in einer Präsentation. Jetzt haben wir mit dem frühen Gipfel und dem späten Gipfel zwei Methoden kennengelernt, was wir auf betonten Wörtern machen können. Doch was machen wir an dem Ende von Sätzen? Da haben wir ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Nun zuerst einmal sprechen wir selten in ganzen Sätzen, sondern wir unterteilen das, was man sagt, in kleine Informationshäppchen. Und am Ende von Sätzen enden wir häufig in so etwas wie einer schwebenden, halbhohen Tonhöhe. Und die beste Melodie, die ihr in diesem Fall verwenden könnt, ist, was wir als den konkaven Anstieg bezeichnen. Das heißt, das ist ein Anstieg, der zum Ende der Äußerung beschleunigend nach oben geht. Also so, ne? So was wäre ein konkaver Anstieg am Ende von Halbsätzen, bis man zum ganzen Satz kommt. Diese Art von Melodie hat nachweislich eine aktivierende Wirkung. Das heißt, ihr erzeugt Aufmerksamkeit beim Zuhörer, ihr reaktiviert Aufmerksamkeit beim Zuhörer und ihr könnt es auch noch durch den Augenkontakt weiter intensivieren. Also ihr werdet merken, wenn ihr das macht, so was, vor allen Dingen bei Augenkontakt mit den Hörern, Leute auch gern mal nicken. Und dann wisst ihr, ihr habt es richtig gemacht. Dann habt ihr die Aufmerksamkeit eurer Zuhörer. Und ihr habt deren Zustimmung. Und Zustimmung ist genau das, was ihr als charismatischer Sprecher letztendlich haben wollt. Auf keinen Fall solltet ihr konvexe Abstiege mit einem leichten Fall machen. Das wird häufig gemacht. Gerade in Halbsätzen. Dass man also sowas macht und dann sowas macht und dann kommt man zum Ende, allmählich, irgendwann. Das ist tatsächlich ein Signal für Unentschlossenheit, für Unsicherheit, für Ambivalenz, für Desinteresse. All das nicht, sondern lieber für Unsicherheit, für Ambivalenz, für Desinteresse und so weiter. Um auf unser Hundebeispiel zurückzukommen, selbst bei Hunden wird dieses Signal des konkaven Anstiegs am Ende angesetzt. Also so etwas wie hat auch bei Hunden schon eine aktivierende Wirkung und bei uns eben auch. Neben dem richtigen Gebrauch melodischer Wörter, also beispielsweise dem frühen Gipfel, dem mittleren Gipfel und dem konkaven Anstieg, die wir jetzt hier heute kennengelernt haben, ist auch ganz allgemein wichtig, wie man diese Wörter in die allgemeine Stimtonlage einbettet. Und hier gibt es zwei akustisch-melodische Parameter, die aus der Masse der experimentell gemessenen Parameter herausgestochen sind in unseren Untersuchungen. Das ist zum einen der Stimtonumfang. Wenn ihr vor einem großen Publikum sprecht und charismatisch klingen wollt, dann ist ein großer Stimtonumfang essentiell. Groß heißt in dem Falle mindestens eine Oktave, sprich zwölf Tasten auf einer Klaviertastatur. Herausragende Sprecher wie Steve Jobs schaffen es, einen Stimtonumfang von 20 Halbtonschritten zu erreichen. Das heißt von 20 Tasten auf der Klaviertastatur. Und sie schaffen es, diesen großen Stimtonumfang auch über die gesamte Präsentation hinweg zu halten. Das heißt, sie fangen nicht am Anfang groß an und werden dann über die Präsentation hinweg immer monotoner, sondern sie bleiben bis zum Ende einer Präsentation auf ihrem hohen Stimtonumfang. Es ist jedoch wichtig, dabei nicht in einen Singsang zu verfallen. Also mit der Stimme erst rauf und dann runter und rauf und wieder runter zu gehen. Der Mann erreicht diese Minima und Maxima immer nur in Verbindung mit den melodischen Wörtern selbst. Das heißt also, man zieht beispielsweise die Gipfel von frühen und späten Gipfeln nach oben und die Satzenden nach unten. Und auf diese Art und Weise erreicht man dann punktuell 20 Halbtonschritte, aber nicht ständig, sondern nur an bestimmten Punkten sporadisch im Rahmen der Präsentation. Nur dann klingt es natürlich und nicht gekünstelt. Im Kontext des großen Stimmumfangs müssen wir jetzt noch auf einen echten Charismakiller zu sprechen kommen. Einen fiesen Spießgesellen, dem man eigentlich leicht aus dem Weg gehen kann, der aber zumeist aus Unachtsamkeit oder aus fehlender Gründlichkeit selbst produziert wird. Quasi die Kakerlake unter den melodischen Fehlern. Gemeint ist, Sätze zu oft und zu eintönig auf einer schwebend halbtiefen Tonlage enden zu lassen. Einer der häufigsten Fehler selbst erfahrener Sprecher ist, dass sie nicht üben, wie tief ihre Stimme eigentlich gehen kann, um dann diese Tiefe auch gezielt am Satzende einzusetzen. Ähnlich wie bei einem frühen Gipfel signalisiert nämlich ein tiefes Fallen am Satzende Selbstsicherheit, Dominanz, Souveränität und Glaubwürdigkeit. Und dieses tiefe Fallen zu unterlassen und sei es nur um ein, zwei Halbtonschritte nicht das Ende des unteren Stimmtonumfangs zu erreichen, kann einen immens negativen Effekt haben. Das klingt in etwa so und nicht so. Oder wir könnten einen Satz nehmen wie die Sonne lacht. Heute ist schönes Wetter, müssen wir mal gucken. Und nicht die Sonne lacht. Heute ist schönes Wetter, müssen wir mal gucken. Also ich bleibe eher auf dem Niveau und falle nicht bis ganz nach unten auf das Niveau runter. Am besten sogar bis auf das Niveau, wo die Sprechstimme in ein Knarren oder in ein Behauchen übergeht. Dann wisst ihr, ihr habt den richtigen unteren Bereich eurer Sprechstimme erreicht. So wie ich jetzt gerade. Aber auch nicht ständig. Das wird dann wiederum sehr monoton. Hierin liegt eines der effektivsten und leichtesten Geheimnisse, ein besserer Sprecher zu werden. Probiert es aus. Beschwert eure Stimme mit ganz viel Gewicht am Satzende, dass ihr richtig tief fallen könnt. Der zweite allgemeine Aspekt der Einbettung von melodischen Wörtern ist der Parameter der Dauer. Genauer gesagt, wie lange ihr redet, ohne dabei innezuhalten. Ich habe es eingangs schon gesagt, will aber jetzt nochmal separat darauf hinweisen, kleine Häppchen sind Trumpf. Kleine Häppchen bilden, darum geht es. Beim charismatischen Sprechen ist es im Grunde genommen wie bei einem guten kalten Buffet. Man variiert und man nimmt immer kleine Mengen. Widersteht also der Versuchung, in langen Sätzen zu sprechen, sondern zerstückelt eine Gesamtbotschaft in verdauliche, für euren Hörer vor allen Dingen verdauliche, kleine Häppchen. Als Richtwert gelten ungefähr fünf bis zehn Wörter, bevor ihr eine Pause macht. Dann kann eine Pause von ungefähr einem Wort folgen und dann kommen die nächsten fünf bis zehn Wörter. Und je länger euer Satz ist, desto länger darf auch die Pause sein, die ihr danach macht. Und wenn ihr einatmet zwischen euren Satzhäppchen, dann zieht bitte die Luft nicht zwischen den Zungenseiten hindurch. Also diese Art von einatmen. Dieses Zischgeräusch erzeugt bei euren Hörern den Eindruck von Anspannung und Unzufriedenheit mit euch selber. Das gleiche gilt für ist auch kein gutes Signal. Auch besser weglassen. Das Sprechen in kleinen Häppchen hat noch ein paar angenehme Nebeneffekte. Es hilft euch, über das intuitive, schnellere Sprechen am Satzanfang und das Dehnen von Äußerungen am Satzende, einen besonders variablen Sprechrhythmus zu erzeugen. Und auch das ist gut für charismatische Sprechen. Und obendrein habt ihr auf diese Weise ein mittelhohes Sprechtempo, in der Regel von fünf bis sechs Silben pro Sekunde. Und auch das gehört zum charismatischen Sprechen. Es ist eben nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. So fünf bis sechs Silben pro Sekunde gelten als ein guter Wert für charismatische Sprechen. Zusammengefasst haben 30 Jahre Forschung im Bereich melodischer Wörter und viele, viele Jahre Erfahrung im überzeugenden, charismatischen, expressiven Sprechen und dessen Effekten ein beträchtliches Wissen angehäuft. Wir haben hier und heute leider nur einen ganz kleinen Ausschnitt daraus zeigen können. Es gibt noch eine Menge zu lernen. Über Unterschiede zwischen Mann und Frau beispielsweise, über die vielen Varianten emphatischer Betonung und Pausen, über die richtige Verbindung von melodischen Wörtern mit dem Inhalt der Botschaft und über die Stimmqualität beim Sprechen. Beispielsweise, ob ich eher geknarrt spreche oder ob ich eher behaucht spreche. Aber, und das ist meine Kernbotschaft an euch heute, charismatisches Sprechen ist lernbar. Es ist gar nicht so schwer. Gerade die Sachen, die wir heute gezeigt haben, die zwei, drei mit der Einbettung, sind schon ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Es kann und es wird euch viele, viele Vorteile im privaten und Berufsleben bringen, das ein bisschen zu üben. Wir sind alle schon seitdem wir quasi als Affen von den Bäumen gestiegen sind, darauf getrimmt, dass das, wie wir etwas sagen, also quasi alles Nonverbale, die Mimik, die Gestik, die Sprechmelodie von größerer Bedeutung ist als das, was wir sagen. Das vergesst nicht. Und wollt ihr mehr wissen über unser einzigartiges, softwareunterstütztes Acoustic Charisma Profiling and Training? Dann besucht uns doch einfach mal auf www.sdu.dk.de oder scannt den QR-Code, den wir für euch haben. Und jetzt viel Spaß beim Üben und dabei ein charismatischerer Sprecher zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Üben und mich vor uns jetzt, was es hier noch ein bisschen. So, dann kannst du das, was wir tun, wir haben dann ja um Einfunk, Zu ihm, wo er das Aus Madame macht, jetzt nicht nur ein Aktuell. sondern kann ich auch ... Wenn auch nicht mehr auf der Nähe des Innbeufelsen,